Herzlich willkommen zum dritten Video in meiner Tutorial-Reihe zum Thema Hindenburg, dem Audioschnittprogramm. Mein Name ist Lukas Görlach, ich bin freier Journalist und Podcaster und in diesem Video geht es darum, wie ihr eure ersten Schnitte in Hindenburg macht. Wenn ihr noch gar nicht wisst, was Hindenburg ist, dann schaut euch gerne die vergangenen beiden Videos an. Ich zeige in dieser Video-Tutorial-Reihe, warum ich gerne mit Hindenburg arbeite und wie mein Weg in Hindenburg eigentlich funktioniert. Und jetzt geht es aber los, wie schneidet man eigentlich in Hindenburg. Und wir sehen wieder die Benutzeroberfläche von Hindenburg, die wir uns im vergangenen Tutorial schon etwas genauer angeschaut haben. Dieses Mal soll es ja um die Schnitte gehen, um die ersten Schnitte. Und dazu brauchen wir natürlich erstmal eins und zwar Audio, das wir schneiden können, ist ja logisch. Wie die Aufnahme funktioniert, das erkläre ich dann jeweils in den Podcast- bzw. Radio rein. Deswegen soll uns an dieser Stelle einfach mal ein einfaches Audioschnipsel, das wir importieren, genügen. Dazu klicke ich hier auf den Importieren-Button und suche mir meine Testaufnahme aus, die habe ich jetzt einfach hier hingespeichert und öffne die. Die ist dann schon hier. Vergesst nicht, ab und zu mal zu speichern, euer Projekt irgendwo anzulegen. Wie dieser Workflow funktioniert, das erkläre ich auch in den Tutorials. Jetzt soll es erstmal um die Schnittbefehle gehen. Das hier ist jetzt Audio, das habe ich einfach mal extra angelegt für dieses Tutorial. Da habe ich gleich am Anfang, ich zoome mal ran, das geht entweder mit dem Trackpad oder mit Command Plus und Minus funktioniert das ganz gut. Da habe ich am Anfang mit Absicht ein bisschen Platz gelassen, am Ende ein bisschen Platz gelassen und mich zwischendrin auch mal versprochen. Das Ganze klingt dann ungefähr so. So, das ist also unsere Testaufnahme, damit wir was haben, an dem wir, jetzt müssen wir es ja üben. Und ich glaube, das reicht auch schon fast aus. Das sind jetzt so, ja, genau. Also das können wir erstmal dann durchhören und werde mich zwischendurch mal auch mal und werde mich zwischendurch, das war mein Versprecher, den müssen wir natürlich dann irgendwie rausschneiden. Aber wie funktioniert das erstmal? Ganz grundlegend, ihr seht es schon, Hindenburg hat diese Datei erstmal komplett in einer, sie nennt es Region, in einer Region angelegt. Diese Region liegt auf unserer Spursprache oder Spur 1 oder ja, Track 1, je nachdem, wie ihr die nennt. Ihr könnt es natürlich auch selber umbenennen hier mit einem Doppelklick. Sie liegt auf unserer ersten Spur und diese Region kann man entweder anwählen, dann ist sie gelb markiert oder nicht, dann ist sie blau. Und die kann man dann eben auch nehmen und bewegen zwischen den einzelnen Spuren. Die rasten dann immer ein. Man kann sie natürlich auch in der Länge bewegen, wenn sie erst 13 Sekunden, nach 13 Sekunden starten soll, dann legt man sie eben hier hin. Und genau, wir lassen die jetzt mal auf Spur 1 und packen die ganz an den Anfang natürlich, weil wir wollen ja keine digitale Leere am Anfang entstehen lassen. So, was ist jetzt wichtig zu wissen in Hindenburg? Erstmal, dass diese Spur unterschiedlich angefasst werden kann. Ihr habt es gerade gemerkt schon, ich habe die Spur gerade in dem oberen Teil angefasst und kann sie dann rumziehen. Dann wechselt auch automatisch mein Cursor zu dieser Hand. Wenn ich allerdings jetzt die Spur in einem unteren Teil, seht ihr das ab einem gewissen, ich glaube, das ist so ein Drittel, wechselt automatisch meine Anzeige, mein Cursor, ohne dass ich was mache, zu dieser genaueren Ansicht. Die kennt ihr auch von Schreibprogrammen, wenn ihr irgendwas markieren wollt. Und genau so ist das hier auch gedacht. Hier geht es nämlich ums Markieren. Wenn ich im unteren Teil der Spur bin, der Region bin und klicke und halte gedrückt die linke Maustaste und ziehe es dann weiter, dann markiert es automatisch diesen Bereich, den ich ziehe her. Es geht auch natürlich über verschiedene Spuren dann, aber jetzt haben wir erstmal nur eine Spur. Dann ziehe ich das hier lang und dann habe ich dieses Stück im Prinzip markiert. Damit kann ich jetzt ganz unterschiedliche Sachen machen. Ich kann dieses Stückchen, und da sind wir gleich schon beim ersten Schnittbefehl, die könnte ich jetzt löschen. Das geht hier mit der Löschen-Taste, dann verschwindet die. Ich gehe mal auf. Z ist rückgängig, also das hier. Dann wird sie gelöscht. Oder aber ich benutze die Taste X. Ups, nee, das war genau die falsche. Die Taste Backspace, also die Löschen-Taste im Prinzip, oder bei Windows, die Taste Entfernen. Und sie wird auch entfernt. Und die zweite Möglichkeit habe ich gerade aus Versehen schon gezeigt, und zwar mit X, beziehungsweise der Ausschneiden-Funktion. Zack, nehme ich genau diesen Zwischenraum weg, je nachdem, was ich haben möchte. Wenn ich jetzt dieses kleine Stückchen hier komplett löschen möchte, ohne dass dabei eine Pause entsteht, dann benutze ich eben die Ausschneiden-Funktion. Und wenn ich aber dieses ganze Stück hier weg haben möchte, wenn das Müll ist und auch nicht zusammengehört, diese beiden Sachen, dann kann ich das einfach mit Backspace machen und dann kann ich diese beiden Spuren, sind dann separate Regionen, kann ich dann einfach so verwenden und hin und her rumschieben. Ja, das ist also wie gesagt eine Möglichkeit zu schneiden. Es gibt noch eine weitere, oder beziehungsweise das waren jetzt zwei Möglichkeiten, es gibt noch eine dritte. Die dritte ist, die Clips zu trennen. Dafür muss ich sie nicht markieren, sondern, die Markierung kann man übrigens mit Escape, mit der Escape-Taste aufheben, dafür gehe ich an eine bestimmte Stelle. Damit klicke ich einfach, ohne halt aufzuziehen, also ohne zu ziehen, klicke ich einfach an eine Stelle, an eine beliebige, meinetwegen hier zwischen rein und drücke auf Clip trennen, beziehungsweise die B-Taste ist das. Und damit wird automatisch diese Region in zwei separate, ihr seht das, ich kann sie separat markieren und wenn man hier weggeht mit dem Cursor, hat man hier auch so einen Strich und dann kann ich auch die wegbewegen, wird automatisch in eine eigene Region getrennt. So, wie ihr das macht, hängt ein bisschen davon ab, was ihr gerade schneidet, aber da kommen wir dann noch bei den speziellen Use Cases, Radio oder Podcast dazu. Je nachdem, für welchen Anlass oder welchen Schnitt ich gerade machen will, je nachdem verwende ich dann eben auch die Schnittfunktion. So, jetzt wollen wir mal kurz reinhören und schon mal den Versprecher wegschneiden, wenigstens. Habe ich einfach mal so aufgenommen und erzähle so ein bisschen, dass das Wetter hier schön ist und werde mich zwischendurch auch mal verhaspeln. So, beim Und. Wetter hier schön ist und werde mich... Das wird sich schwer schneiden lassen, weil ich hier neu angesetzt habe, aber wir probieren es mal. Ich ziehe das Und, also das D und das W so zusammen und werde mich... Mach ich hier auch, also suche ich mir jetzt mal den Punkt, der passt und werde mich... Setze ich hier beim Werte ein, markierte mir das schon mal und werde mich... Werde mich... Werde mich... Werde mich... Werde mich... So, da müssten die Anschlüsse passen. Jetzt kann ich entweder das hier oben anfassen, also diesen Marker und dann rüber ziehen, aber ihr seht schon, dann löscht es mir sozusagen meine Vorauswahl. Oder aber, wenn ich das hier ausgewählt habe oder angeklickt habe, kann ich auch auf die O-Taste drücken für Out und kann diesen Out, diesen roten Out-Punkt, hier ist da auch nochmal ein Aus, den Aus-Punkt neu setzen. Den Ein-Punkt kann ich übrigens auch händisch setzen. Ich mache das jetzt auch mal hier kurz. Zack. Mit I. Also In und Out. Ich wollte aber meinen In-Punkt hier haben. Zack. Und jetzt habe ich eben die Möglichkeit, in diesem Fall eben, wäre es Quatsch, diesen Schritt zu machen, dann auffändig, das ranzuziehen und zu gucken, ob das passt. Nein. In diesem Fall, wenn ich das markiert habe, ist es tatsächlich sinnvoller. Ich drücke einfach die X-Taste und es verschwindet. Hier schön ist und werde mich zwischendurch auch mal verhastet. Passt ganz gut. Also es ist so ein bisschen... Hier schön ist und werde mich zwischendurch... Das Werde platzt so ein bisschen nach vorne. Da können wir aber auch noch was machen. Das machen wir gleich. Jetzt gucken wir uns erst mal Anfang und das Ende an. So, das ist also unsere typische Vorbereitung. Was ich jetzt machen kann, ich kann jetzt natürlich einfach hier das Ende markieren und ganz an den Anfang gehen. Mit den Pfeiltasten kann ich das bewegen und komme ganz an den Anfang, wenn hier unten 0, 0, 0 steht und drücke auf I für mein In. Oder aber in dem Fall natürlich viel einfacher, ich ziehe das sozusagen einfach dahin, drücke wieder X natürlich und schon springt es so. Das ist also an den Anfang. Ähnlich könnte ich es jetzt auch mit dem Ende machen. Ich markiere das und drücke auf X, aber beim Ende zum Beispiel könnte ich auch das hier verwenden. Wenn ihr nämlich auf die Endregion geht, dann ändert sich wieder euer Cursor in ein Tool, wo ihr das Audio aufziehen könnt. Also wir verwenden hier im Prinzip, nicht nur im Prinzip, sondern wir verwenden hier nicht destruktives Schneiden. Das bedeutet, eure Audiodatei wird dabei nicht kaputt gemacht. Das Programm merkt sich sozusagen nur, was ihr hier mit der Audiodatei macht. Das heißt, das originale Pfeil wird dabei nicht zerstört. Ihr könnt immer wieder, auch wenn ihr diesen Schnitt einmal setzt und er jetzt so da ist, könnt ihr immer wieder später zurückkommen und sagen, ach na Mensch, das war doch ein bisschen zu viel geschnitten, ich ziehe mir das wieder auf. Also ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, wenn ihr auch mal hier so einen Schnitt gemacht habt. Selbst das könnt ihr dann zwar mit einigem Aufwand, aber könnt ihr wieder rückgängig machen. Auch wenn der Weg jetzt überrückgängig nicht mehr funktioniert, weil natürlich schon weitere Aktionen gefolgt sind. So, also das passen wir eben auch an. So, und damit können wir glaube ich schon mal was anfangen. Was ich dann immer nicht merke, ich weiß nicht, ob ihr das so genau hört, natürlich das Mikrofon hat so ein Eigenrauschen und das hört jetzt sehr abrupt auf. Was anfangen? Anfang. Ich hoffe, ihr habt das gehört, also ich höre das ziemlich deutlich hier mit Kopfhörern. Deswegen setze ich an mein Ende gerne ein Fade. Also ich lasse das Audio leicht, vielleicht eine halbe Sekunde oder so ausfaden. Das kann ich machen, indem ich mir diese gelben Punkte hier beim Schneiden genauer anschaue. Diese gelben Punkte sind ebenfalls Punkte, die ich separat anfassen kann und etwas damit mache. Wenn ich diese Seitenpunkte hier anfasse, hier oben den zum Beispiel, dann kann ich das hier zurückziehen und ihr seht, da passiert was mit dem Audio. Es wird in dem Fall leiser. Die Waveform geht weiter nach unten und das Audio wird an der Stelle leiser. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das gedacht ist und das versteht man dann zum Glück. Ist Hindenburg so aufgebaut sehr, sehr schnell. Was da passiert? Gute, naja, 20, 30, 40 Sekunden, die ich aufgenommen habe und damit können wir glaube ich schon mal was anfangen. Jetzt wird auch klar, wofür diese Regionen in Hindenburg stehen. Sie stehen nämlich ebenfalls für die Lautstärke des Audios. Dafür ist auch dieser Button hier oben da. Damit kann ich die Lautstärke nämlich verringern. Ihr seht da oben immer eine Dezibelanzeige, hier minus 31 Dezibel. Das ist natürlich jetzt sehr leise. Oder aber ich ziehe es wieder auf, auf 0 Dezibel. Gute haben eine normale Lautstärke. Oder aber ich ziehe es ganz weit hoch und bin hier definitiv übersteuert. Das werde ich jetzt nicht abspielen, weil da fliegen uns hier die Ohren weg. Ihr könnt übrigens auch wieder auf die Grundeinstellung zurücksetzen, indem ihr hier doppelklickt. Dann springt das einfach auf die 0 Dezibel zurück. Wie genau ihr das einstellen solltet, das ist jetzt schon mal ganz gut vorgepegelt gewesen. Und ich glaube, das reicht auch schon fast aus. Das springt so die Spitzenspringen so bei minus 9 und minus 6 rum. Das ist ziemlich gut. Das lassen wir jetzt erstmal so. Aber wir wollten ja hier einen kleinen Fade ans Ende setzen. Das machen wir so, ohne dass wir die Sprache so sehr beeinträchtigen. Können wir glaube ich schon mal was anfangen. Dann fadet es natürlich, hört man das Grundrauschen immer noch, aber es geht wesentlich smoother zurück. Was machen wir jetzt, wenn wir beispielsweise Atmosphäre drunter legen wollen würden? Dann müssten wir ja sozusagen, ich kopiere das mal, also ihr könnt auch hier wieder mit Kopieren und Einsetzen arbeiten, beziehungsweise mit den euch Bekannten von Windows entweder STRG-C und STRG-V oder von Mac COMMANDO C COMMANDO V befehlen. Also COMMANDO C für Kopieren oder dieser Befehl hier. Und COMMANDO V an der Stelle, wo der Cursor ist für Einfügen. Da haben wir jetzt genau das hier kopiert. Das wollen wir aber auf einer anderen Spur haben, beispielsweise hier unten. Machen wir das mal so. Zack. Funktioniert es auch hier unten. Jetzt wollte ich aber euch gerne zeigen, was passiert, wenn man eine Audiospur unter eine andere legen will. Dafür schnappe ich mir jetzt einfach mal einen von den Jingles, die ich hier unten drin habe. Beispielsweise der Flurfunk-Podcast hat ein Jingle. Das geht, ich mache es ein bisschen leiser, es ist relativ laut. Das geht dann auch mit Stimme los. Und fadet dann langsam aus. Das ist zwar eigentlich so eingestellt, dass man es nicht extra pegeln will. Ich will es jetzt trotzdem mal machen. Und zwar, indem ich jetzt sage, hier soll mein Audio starten. So, das ist also unsere Testaufnahme. Der Hintergrund ist mir aber noch zu laut. Was mache ich jetzt, um den Hintergrund leiser zu ziehen? Ich könnte jetzt natürlich, wie ich es gezeigt habe, hier anfassen und alles leiser ziehen. So, das ist, das bringt uns allerdings nichts, weil, ja, offensichtlich. Was machen wir jetzt? Wie kriegen wir diesen Teil leiser? Ich könnte jetzt natürlich auch wieder hergehen und das so machen. Ja, hm, ist auch nicht die beste Option. Ich könnte jetzt auch hingehen und sagen, boah, naja, ich trenne jetzt einfach den Clip. Huch, falsche Taste. Ich trenne jetzt den Clip wieder mit B und ziehe einfach das hier runter. Was dann passiert, ist auch klar. Sieht man auch jetzt hier gut. So, es springt einfach nach unten. Das ist natürlich alles andere als schön. Was Hindenburg toll macht, ist auch das Pegeln. Nämlich sehr einfach. Ich sage, mein Fade soll ungefähr von hier bis hier gehen. Da ziehe ich wieder mit dem Markierungstool oder eben mit dem I und O, also ein und aus. Ziehe ich mir wieder so ein Dings, gucke, dass das nur auf dieser Spur ist und dann gehe ich an diesen Teil der Region, der dahinter liegt, den ich leiser haben will. Fasse den an und ziehe den runter. Und was dann passiert, seht ihr, er fügt automatisch im markierten Teil einen Fade ein. So, können wir mal abspielen. So, das ist also unser, wird wesentlich leiser. Ich mache es nochmal ein bisschen doller, damit man es auch erkennt. So, das ist also unsere Testaufnahme. So, so funktioniert es also, dass ich jetzt hier das Stück pegeln kann. Das funktioniert dann übrigens dahinter auch wieder. So, das kann man dann im Prinzip beliebig oft machen, bis irgendwann nur noch wenig Audio übrig ist, dass man pegeln kann. So kann ich übrigens auch jetzt den Anfang hier hochziehen. Das geht natürlich auch. Ähm, das ist also klar. Und das Schöne an Hindenburg ist, man sieht immer, ähm, wie laut jetzt ein Teil ist oder wie die lautstarken Verhältnisse zumindest sind. Jetzt kann es aber auch sein, wie das zum Beispiel mit meinem wunderschönen, auch von Bonnie Storff übrigens gemachten, ähm, ähm, Jingle vom Filmmagazin ist. Da haben wir zwar auch so ein Fadeout, aber der ist nun so angelegt, dass er gar keine, äh, gar keine Voice hat, sondern, dass er als Bett laufen soll und hinten wieder laut werden soll. Also er geht los. An dieser Stelle soll dann, äh, der Ton einsetzen und irgendwann hinten. Möchte ich das Ende wieder gerne ein bisschen lauter haben. Das bedeutet, ich markiere mir jetzt, ich ziehe erstmal das wieder vor an den Anfang und würde jetzt gerne hier zum Beispiel mein Audio starten. Ich gucke mal. Ja, also einen Takt kann man schon durchlaufen lassen, aber hier würde ich jetzt gerne mein Auto starten, äh, mein Audio starten zwischen 5 und 6 Sekunden. Wie mache ich das? Dazu muss ich jetzt erstmal mein Audio nach vorne bekommen. Das geht natürlich, indem ich jetzt, ja, äh, beide Teile vorziehe. Das ist aber nicht die schönste Option. Ähm, ähm, das geht aber auch, indem ich meine Shift-Taste gedrückt halte. Also ich markiere mir die erste Spur und drücke die Shift-Taste und dann kann ich, je nachdem, was ich anwähle, nacheinander, ähm, das, was dazwischen liegt, markieren. Also das heißt, wenn ich jetzt das markiere und das markiere, wird das mit markiert. Es gibt auch die Möglichkeit, ich halte die Command- oder die Steuerungstaste bei Windows gedrückt. Dann wird nur das markiert, was ich anklicke. Das sind alles auch Befehle, die ganz normal im Finder bei Mac funktionieren oder im, äh, im Dateibrowser, ähm, von, 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 von Windows. Ähm, ich meine jetzt von Mac natürlich. Ähm, funktioniert das auch? Also die Command-Taste gedrückt halten und dann einfach das markieren, was man will. Das heißt, zack, zack und ich ziehe das vor. Oder aber noch eine Version. Man drückt, man hält die Shift-Taste gedrückt von Anfang an, bevor man klickt. Dann klickt man, dann klickt man und wenn man dann zieht, während die Taste gedrückt bleibt, ändert sich die Maus wieder in so ein kleines Fadenkreuz und man kann so einen Rahmen aufziehen und dann ist alles, alles, was man hier markiert hat, ist drin. So, auch alles oder diese beiden. So, das ist eigentlich das, was ich eigentlich am liebsten mache, so. Damit habe ich das genaueste Auswahlwerkzeug. Ähm, ich ziehe das jetzt wieder an unsere, ne, es sind sieben Sekunden, ich wollte für fünf und dann geht's hier los. So, das ist also unser Testaufwand. Hier hört ein bisschen zu laut. Da könnten wir jetzt natürlich Folgendes machen. Wie wir es eben gesehen haben, nehmen wir dieses Stück, so, und nehmen dann dieses Stück, so. Sollte funktionieren. So, das ist also unsere Testaufnahme. Damit, ja, könnte man noch ein bisschen leiser machen, aber es sind, ihr habt es gesehen, wieder zwei Arbeitsschritte und das ist mir, um ehrlich zu sein, einer zu viel und Hindenburg bietet da auch eine tolle Möglichkeit, das schneller zu machen. Und zwar, indem ich jetzt sage, oh ja, ähm, dann markiere ich doch einfach mal den ganzen Bereich hier auf dieser Spur, bei dem ich, äh, anpacken will und ziehe diesen Mittelteil runter. Und dann legt Hindenburg automatisch, setzt mir diese Fades. So, das ist also unsere Testaufnahme, damit wir was haben, an dem wir schneiden. So, der Anfang ist ein bisschen hart. Damit können wir, glaube ich, schon mal was anfangen. Das Ende auch. Also ich würde jetzt einfach nochmal ein bisschen hier vielleicht auf minus 21 gehen und hier ein bisschen den Übergang-Smoother machen. Wie geht das? Jetzt habe ich nämlich die volle Kontrolle mit diesen gelben Dingern. Kann ich jetzt hier ziehen, wie ich möchte. Kann das hier fein einstellen. Das kann ich auch in einer halben Stunde noch machen. So, das ist also unsere, oder wenn ich es anpasse, äh, wenn ich es, ähm, wenn ich es später mische, kann ich das machen. Ich kann aber auch hier, ihr seht wieder, auch dieser Rand, ähm, lässt sich verschieben. Und zwar im Ganzen so. Ähm, also ich hoffe, das System wie Hindenburg, hier, das kann ich natürlich jetzt auch bewegen, Ich hoffe, das System wie Hindenburg mit Lautstärken und Fades umgeht, ist jetzt so allmählich klar geworden. Ähm, wir werden auch noch mehr da reintauchen in den nächsten Tutorials. Ich habe jetzt schon wieder eigentlich viel zu lang geredet. Ähm, das sind so die Schnittgrundlagen. Eins habe ich noch vergessen, das zeige ich euch gleich noch. Aber, ähm, ihr solltet damit einfach ein kleines bisschen rumprobieren. Wie funktioniert das? Wie funktioniert diese Lautstärkeanpassung? Ähm, das, das, ja, Learning by Doing kann ich nicht anders sagen, weil das, ähm, läuft dann einfach irgendwann. Ähm, man gewöhnt sich da dran, viele andere Schnittprogramme machen das ganz anders. Da gibt es dann in der Mitte meistens, ähm, die, die, die Regionen sehen dann immer gleich aus und in der Mitte gibt es dann so eine Linie und an der kann man dann das Audio hinterher, ähm, pegeln. Dabei sieht man aber nicht, wie sich die Waveform dabei verändert. Und das mag ich, um ehrlich zu sein, sehr gerne an Hindenburg, dass man hier immer genau sieht, aha, das hier muss leiser sein, weil es ist definitiv kleiner als das hier. Oder das hier ist definitiv lauter als dieser Teil hier. Ähm, das, finde ich, macht Hindenburg so schön einfach und lässt, ähm, ja, ausreichend Fokus auf die Story. Eine Sache, wie gesagt, habe ich vergessen, noch eine Fadeform, dazu lösche ich jetzt mal die untere Spur und gucke mir nochmal unseren Schnitt hier an. Hier schön ist und werde mich zwischendurch auch... Ich habe schon gesagt, das ist ein bisschen laut, das könnte man, also ein bisschen brachial, das könnte man jetzt, indem man den Anfang hier ein kleines Stück runterzieht und dem hier ein bisschen angleicht, schon verbessern, schön ist und werde mich zwischendurch auch... Ja, es hat sich schon deutlich verbessert, ähm, aber wenn man ganz nah rangeht, sieht man, das passt einfach alles nicht zusammen. Also da ist immer noch ein Cut drin. Den hört man jetzt zwar nicht mehr, aber es gibt, gibt durchaus Punkte, wo man solche Cuts dann hört. Ähm, entweder durch ein Klicken oder, naja, durch ein komisches Geräusch. Es wirkt einfach nicht smooth. Deswegen brauchen wir ein Crossfade, eine Kreuzblende, ähm, um dies auch ganz einfach zu machen, da markiere ich mir nämlich mal einfach diese beiden, diesen Übergang hier, den markiere ich mir, wie ich alles andere auch schon markiert habe und drücke dann ganz, ganz, ganz einfach F für Fade. Buff. Und schon macht mir Hindenburg automatisch eine Kreuzblende. So, und werde mich, um euch mal ganz kurz zu zeigen, für die, die noch nie mit Schnittprogrammen gearbeitet haben, drücke ich jetzt einfach mal hier B und trenne das. und, ja, ich mache einfach mal was Hartes. Üben haben, denn dann üben wir es ja üben. Genau. Ähm, zeige einfach mal eine längere Kreuzblende, um, äh, wieder F, um euch das Prinzip zu verdeutlichen. Schneiden haben, denn dann üben wir es ja üben. Ähm, also einfach ein smoother Übergang. Die eine Spur wird leiser, während die andere lauter wird gleichermaßen. Ja, ich gucke mal kurz in meine Liste, ob ich, äh, noch was vergessen habe. Äh, nö, 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 nö. Ich glaube, ähm, das reicht erstmal, um die, ja, Grundschnittbefehle von Hindenburg zu verstehen. Ihr könnt das gerne üben. Schaut wieder auf Hindenburg.com vorbei, um, ähm, euch diese Shortcuts nochmal einzubringen. Und übt einfach mal. Das waren also die Grundlagen für meinen Workflow im Schnitt mit Hindenburg. Für die ganz grundlegenden Funktionsweisen könnt ihr auch euch die Tutorials auf Hindenburg.com vom Hersteller anschauen. Dort gibt es auch eine PDF mit allen Shortcuts aufgelistet. Das ist ganz hilfreich. In meinen nächsten Videos soll es dann zweigeteilt weitergehen. Einmal für JournalistInnen, also für RadiojournalistInnen, wie baue ich einen Radiobeitrag in Hindenburg. Und auf der anderen Seite für PodcasterInnen, wie nehme ich einen Podcast auf und wie schneide ich einen Podcast, exportiere den Ladin hoch und so weiter. Ähm, da könnt ihr euch die entsprechende Playlist auf meinem Kanal aussuchen. Abonniert den Kanal gerne für weitere Videos. Oder schaut vorbei auf einfachton.de. Dort gibt es ganz, ganz gute Blogbeiträge zum Thema Podcasts. Ähm, bis zum nächsten Video.